In diesem Video ordnen wir anhand einer Kartenübung die acht wichtigsten Pässe des Bundeslandes Verradlberg zu. Beginnen wir mit der Nummer 1, das ist der Losenpass, der oft fälschlicherweise als Bödelepass bezeichnet wird. Dieser stellt die Verbindung zwischen dem Rheintal und dem Bregenzer Wald her. Wenn wir ein bisschen weiter in den Süden gehen, dann treffen wir hier auf die Nummer 2, das ist das Furkerjoch. Das Furkerjoch ist mit einer Höhe von 1.759 Meter ein sehr hochgelegener Pass und stellt die Verbindung zwischen dem Laternsertal und dem Bregenzer Wald her. Eine weitere Verbindung vom Bregenzer Wald ist gleich daneben das Faschinerjoch. Das Faschinerjoch hat eine Höhe von 1.486 Meter und ist die Verbindung zwischen dem Bregenzer Wald und dem großen Walsertal. Und schließlich die letzte Verbindung, wo der Bregenzer Wald eine Rolle spielt, das ist die Nummer 4, das ist der Hochtarnbergpass. Der Hochtarnbergpass verbindet den Bregenzer Wald und das Lechtal. Wichtig ist auch, dass der Hochtarnbergpass eine Wasserscheide ist, das heißt auf der Lecherseite fließt das Wasser in die Donau und auf der Bregenzerwälder Seite in den Rhein. Kommen wir nun zur Nummer 5, das ist der Flexenpass. Der Flexenpass hat eine Höhe von 1.773 Meter, stellt die Verbindung vom Lechtal ins Klostertal her und ist vor allem durch seine Lawinengalerien sehr bekannt. Kommen wir nun zur Nummer 6, vielleicht der wichtigste Pass, das ist der Adelbergpass. Der Adelbergpass mit einer Höhe von 1.793 Meter stellt die Verbindung zwischen dem Bundesland Vorarlberg und Tirol her und hat an Bedeutung verloren. Im Jahr 1978 wurde nämlich der Adelbergstraßentunnel eröffnet, der mit einer Länge von 14 Kilometern jetzt die beiden Bundesländer verbindet und die früheren Wintersperren umgeht. Dann kommen wir ganz in den Süden ins Montaforn. Hier finden wir noch zwei Pässe, beide erreichbar über die Silvräter Hochalpenstraße. Zuerst das Zainisjoch mit einer Höhe von 1.842 Meter stellt es eine Verbindung von Montaforn zum Paznauntal her. In der Nähe liegt auch der Kops Stausee und noch höher gelegen, das ist die Nummer 8, die Bieler Höhe. Der höchste Pass in Vorarlberg mit einer Höhe von 2.037 Meter und bei der Bieler Höhe liegt direkt der Silvräter Stausee. Das war ein Überblick über die Vorarlberger Pässe.